Herzlich Willkommen zu YouTubers Live und da sind wir wieder mit mir, mit J.JonesJoker und mit dem YouTube-Kanal JadaFucker mit seinen Freunden, äh, Deacon und... Wie heißt die neue? Keine Ahnung. Post ist da und backt auch gleich wieder weg. Die neue heißt... Heißt... Hallo? Die neue heißt... Fatsch die doch mal an! Die neue heißt Amina. Aha, okay, okay. Weil es so eine coole Socke ist, mache ich mal ein Collaboration-Video. Ja, die Spiele sind natürlich mal wieder weggebugt. Ähm, was natürlich auch immer total super ist. Wir machen hiervon nochmal ein Collaboration-Video. Die Leute wollen es ja sehen. Sie wollen es ja einfach sehen. Machen wir an der... 1. Damit es ja auch mal aussieht, wie man das richtig macht. Kann er nur durch die Decke gehen. Sie ist zwar kacke. Ja, von den ganzen Skills her und so weiter. Also sie ist cool. Jetzt muss ich echt warten vor der Playstation, bis sie kommt. Spielen die das? Guck mal, hier oben steht die Sega, da steht die Z-Box, die Playstation, da steht die C. Und wie ihr am Anfang des Videos mal wieder gesehen habt, die Post backt bei mir immer noch weg. was ziemlich nervt und wir haben inzwischen 1,2 millionen abonnenten 22 millionen views was ziemlich geiler shit muss mir erst mal einer von den ganzen motherfuckers nachmachen und macht ja auch keine und er kriegt eine nachricht ob ich heute noch zu mcdonalds fahr ja nicht in-game sondern real life warum nicht warum mac es geht immer oder also ich sag mal so nicht jetzt jeden tag aber ich sag mal wenn so mac ist so mac ist so abends freundin hat spätschig danach noch schön zu mac es passt immer blöde ist da wir ja nicht in einer schönen großen stadtform wo man halt so fuß zu mac ist hingehen kann müssen wir leider mit dem auto dahin düsen was nicht so schön ist was ziemlich weit ist ja aber so ist das so wie sieht das hier aus kriegen nichts passendes zum schluss aber da werden wir nicht gleich mehr passt schon wieso er muss eine presentation machen ich mache eine presentation fürs neue handy mit alfred von der mit müsste er nicht mit kommen also er hat mich eingeladen theoretisch müsste er mitkommen und das schöne ist ich mag ja lange headset kabel es könnte jetzt knistern ja wie ein youtube was live muss ich mir mein energy drinkern nee er kommt nicht mit aber er hat mich eingeladen zu der vorstellung zu gehen da ist das neue bühne das analfon das ding mit batterien popo alles klar das heißt für mich müsste es nur 500 euro kosten so wenn ich jetzt liebe kommen jetzt meine pakete an das wäre cool ich will jetzt meine scheiß pakete was ist denn da los ist da poststreik oder was man 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 übrigens mein scheiß nachbar fängt schon wieder an zu bohren ne alle halbe stunde fährt hinzug der nachbar bohrt an der und ich verstehe es nicht leute ich verstehe es nicht dann trinke ich auch noch energy drink das ist das der wahnsinn jetzt jetzt kann ich hier wieder mit interessanten du geiler schnupsi alter der mitarbeiter des monats ist am start so wer lungerten hier noch rum ha ein paar andere weiber hier anquatschen kann man ja auch mal aber die kommen komme ich nicht weiter über diese ebene so ich quatsch mal mit ihr denn sie ist youtube ranking 41 aber das ist egal ich kann ihn nicht mal anheuern ja talk 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 ich bin der coolste youtuber all the time alle wollen mich alle lieben mich ich bin nicht im größten netzwerk denn die wollen dass ich immer auf events gehen ach da ist die andere auch guck einer an so talk 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 dann mache ich ein interview mit ihr macht er jetzt ein vlog oder ein interview das frage ich mich immer mal macht er jetzt ein vlog oder interview er macht keine ahnung er macht glaube ich ein vlog deswegen sieht man ihn ähm ein engelkommend interaktive looting screen ja klar beim beim vlog immer so jetzt sind halt die bugs ne art spielfatz ich mag das spiel ja mir geht nicht nicht genug punkte ich habe was rekordet dann kann ich ja auch ich quatsch mir noch irgendwelche wildfremde leute an ich kann sogar noch ein interview machen hey tatum du bist hässlich du stinkst du riechst aus dem popo ja cool 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 das ist deacon ich weiß dass das deacon ist wer ist das es ist tatum tatum findet sich toll ja gut tatum so toll bist du auch nicht entschuldigung entschuldigung ja ich bin schon eine geile sau oh thank you much for coming it's great to see you ja ich bin ich bin schon cool ne ich bin halt die geilste sau überhaupt ich sage durch so jetzt kann ich natürlich mich zum größten netzwerk anpassen denn bei euch müsste ich immer dings das heißt ich müsste andauernd zu solchen events ja komm mach doch mal auf die butze komm komm ja jetzt hat sie auch vernünftiges bett kommt da noch mehr jawoll endlich mal zeug jetzt kriegt sie endlich sachen mit denen sie arbeiten kann ich lose sachen das ist natürlich nicht so schön station 1 ja und das bringt alles nichts okay vlog nur mal keine ahnung nummer fünf oder so nur freaks und handysüchtige war ja immerhin eine handy präsentation von dem neuen analfone oder wie sich das schimpft weil ich der boss bin habe ich natürlich den rechner da oben ist zwar nicht so viel was drin ist das interesse ist auf jeden fall da so mein freund du machst jetzt du machst nämlich ein video vorn genau davon walkthrough haben wir schon review kann er nicht ja machen wir noch ein gameplay ein gameplay geht ja immer machst du an statione 2 das gameplay nummer 4 wird bestimmt keiner mehr sehen so wir haben noch einen punkt wir können wir können wir können ja mal hier hier easter egg subscribe walkthrough speedrun videos gibt extra punkte das heißt wir können uns nicht speedruns machen so elf friede noch mal ein video die muss ja auch mal was tun so nee du machst was du machst hier hier nfl an station 3 da ist ja schon ein bisschen was da amazing video add me add me add me add me task complete ja hab ich doch gesehen so was soll ich enter the number one network und wenn ich das verdammt nochmal nicht will nee du sollst nicht downstairs gehen du sollst gaming video machen du machst nämlich jetzt auch ein gaming video für pc haben wir gerade nix die zocken alle an der konsole aber ist mir egal ich spiele jetzt das da davon will ich jetzt ein gameplay machen ich hoffe er braucht nicht mehr so lange das ist ziemlich nervig wie lang kann man denn brauchen alter ich nochmal schlafen krieg wenigstens noch ein paar punkte wir haben 10.000 tacken dann werden wir den nächsten mal auf den knopper sauen vielleicht noch was für das inventar oder für die pcs kaufen mir den monster pc hinstellen so jetzt haben wir noch drei punkte aber es ist halt so denn wir waren nur so ein bisschen ausgehungen ja war jetzt nicht so die top qualität das ding ist am arsch macht das mal heile resulz resulze ist halbwegs ok er ist gerade nicht da doch da ist er resulze auch in ordnung so jetzt wollen wir wieder mich sehen wo ist er er steht jetzt da oben und fragt sich was mache ich eigentlich hier und wer bin ich sammeln calling let her talk was sie reden schön rin mit der pizza und shopping so wir gehen mal all consoles denn es gibt ja ein neues handy das vorgestellt wurde da ist es nämlich das opel o phone so wir kaufen uns noch das das kaufen uns erstmal alle konsolen die es gibt kaufen wir uns noch ein paar spiele nur ein paar na 14 tschakka du schaffst es 20. december space martens so aber nicht fräulein zeigt mir noch mal alle ich will ja nicht sagen aber manchmal leckt sie ein bisschen dann muss ich noch mal für die honey ps2 gucken was will ich haben das kam nämlich ach das kam jetzt september 21. september so entweder jetzt kommt post oder nicht ok es kommt keine post dann gehen wir noch mal raus machen wir noch mal einen cut mal mal mal